Mein Name ist Briot und wenn ihr Bock habt auf Videos, die ihr euch ohne Werbung reinziehen könnt, dann abonniert diesen Kanal. Und ja, wir spielen eine weitere Runde in Northgarden, nur dieses Mal ein Ranked, so wie es viele von euch sich gewünscht haben, so wie ich es mir gewünscht habe. Mal sehen, was wir so leisten können. Natürlich als allererst die Foyere bauen. Ich weiß leider auch nicht, wie stark mein Gegner sein wird. Er hat auf jeden Fall den Pferde-Clan, das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Da haben wir schon Wolf. Beide bitte gleichzeitig auf 1 gehen, es geht um einiges schneller. Ich baue hier schon mal direkt ein kleines Lager hin. Ja, das ist doch in Ordnung. Gehen wir mal nach hier oben. So, dann klatschen wir hier mal eine Holzfällerhütte hin. Und dann, sobald wir können, ein Fällchen. Klar, wir haben jetzt hier ein paar wenige Bäume, aber das sollte reichen. Und dann klatschen wir uns mal zwei Krieger. Gehen wir in den ersten kleinen Angriff gegen die Wölfe hier. Mit einem Krieger, könnte ein bisschen schwierig werden. Nice, tot. Ziehe ich den Krieger hier rüber. Du kannst hier arbeiten. So, lass den Krieger hier. Und dann nehme ich mal den nächsten. Klar, jetzt sind wir bei Nahrung im Minus, aber das ist nicht allzu schlimm. Keiner von dem Bein wird hier sterben. Er kann sich dann hochheilen. Und wir generieren hier schön Nahrung. So, dann schaue ich mal. Okay, Feld kostet leider 80. Das heißt, es dauert noch etwas. Das Gebiet hätte ich eigentlich auch gerne dann. Einfach für ein schönes Hafengebiet hier. Das Eisen tut mir auch ganz gut. So, wir gehen hier natürlich auf den Waffenschmied. Wie immer. So, ich glaube, ich mache ihn mal zum Heiler. Und, ähm, sie dann auch. Die produzieren dann ja auch Nahrung, sobald sie halt dann nicht mehr beschäftigt sind. So, Schatzkist ist fertig. Heißt, Griff raus. Zack. Griff mitnehmen. Sie kann schnell hier hinten auch nochmal machen. Griff kommt hier rüber. Drauf. Ja, komm, den macht er weg. Wahrscheinlich sogar noch alle. Was super wäre. Militärische Erfahrung, natürlich die Leibwache. Man schlachtet sich hier schön mit den Drackmuren. Wunderbar gelaufen, wunderbar gelaufen. Zwei Eisen, sehr schön. Das ist ein bisschen ein Minus, was Nahrung betrifft. Und Holz, aber das kennen wir ja nicht anders. Gehen wir hier auf die Drackmure jetzt mal drauf. Zack. Wahrscheinlich können wir die schnell schlachten. Und dann gehen wir auf den Speerwerf in der Drackmure. Drauf schlachten. Drauf schlachten. Haus bauen. Ein Langschiff-Dock bauen. Und zwar hier hinten rein. Zack. Langschiff-Dock. Dorfbewohner drauf. Die Geisterjäger angreifen. Die Geisterkrieger angreifen. Die halten schon ganz schön viel aus, ne? Schön. Schön, schön, schön. Dann gehen wir in dieses Gebiet hier rein für die Schatzkiste. Und dann gehen wir hier mal auf Ausbildungsgelände. Damit wir schön weiter unsere Dorfbewohner machen können. Da ist direkt ein neuer Bergwerk. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier runter. Sobald die beiden hier vollgeheilt sind. So, dann bitte eine nach dem anderen. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Konzentrieren die sich schön auf die Leibwache. Du kannst von der Seite darauf stechen. Dann gehen wir mal direkt hier runter. Gegen die vier. Das könnte natürlich eklig werden. Aber wie gesagt, haben wir ja die Heiler zu Hause rumstehen. Wir gehen jetzt hier auf Militärstrategie, um stärker zu werden. Vor allem jetzt gerade ist es sehr wichtig. Neue Fähigkeit freigeschalten. Wunderbar. Also schauen wir mal, ob wir hier die Kobolde eindämmen können. Okay. Gehen wir rüber auf die Kobolde. So, alle mal schön auf einen gehen. Die kleinen Männer halten relativ viel aus, muss ich sagen. Krieger raus. Hinten drauf. Dann gehen wir jetzt aber mal auf die schärferen Äxte. Weil wir sehen ja, wir sind holztechnisch echt ziemlich weit unten. Mit der Menge an Männern marschieren wir jetzt weiter gegen die Kobolde. Groß andere Wahl haben wir auch nicht. Gegen die Walküren möchte ich nicht ziehen. So, mal sehen, ob wir die Kobolde überhaupt so gut hinbekommen. Ja. Sieht gut aus. Aber trotzdem bitte alle auf einen. Anstatt so, genau. Zack, schön drauf. Schön drauf, schön drauf. Wunderbar. Die Kobolde sind weg damit. Aber hier können wir dann auf jeden Fall schon mal einmaschieren. Oh, was ist das denn hier? Brock und Atria. Okay, hier bauen die auch schon einen Turm. Bitte dort erkunden. Und dann schauen wir mal, wo der Feind sich verbirgt. Die gefallenen Krieger werden geschlachtet. Wir gehen jetzt beim Wissen auf die Pelzmäntel, weil ich das Gefühl habe, dass wir bald Probleme bekommen werden. 15 Steine. Ach komm, wir brauchen die Zufriedenheit. Wir brauchen die Zufriedenheit, um mehr Menschen zu generieren. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir die Leibwache vor und den Rest hinterher. Schlachten wir die Leute hier mal ab. Okay. Fuck. Krieger raus. Ging nicht mehr. Raus. Nein, ging auch nicht mehr. Wir müssen den großen Teils hier dezimieren. Dann verziehen wir uns jetzt mal. Wir können uns ja hier ganz entspannt heilen. Und wenn er hier rüber möchte, dann sind dann auch schon meine Falken da. Alle dann weiterhin hier oben sammeln. Und dann marschieren wir da so schnell, wie wir können, rein. Das ist der einzige Weg leider dorthin. Aber dafür hat er nach diesem Gebiet hier nicht mehr so viel. Hoffentlich sieht er das jetzt nicht, dass wir leicht kurz angeschlagen werden. Boah, jetzt haben wir da einen verloren, oder was? Raus. Raus. Okay, interessant. Gehen wir hier rüber. Auf die kleinen Männer von ihm. Okay, hier oben hat er echt keine Chance. Okay, gehe ich mal in die Base. Neuer Krieger. Leibwache können wir leider noch nicht machen. So, er wird da gerade angegriffen auch. Wir lauern jetzt hier oben. Da kommt unser nächster Krieger. Das heißt, wir warten noch kurz. Und dann gehen wir jetzt mal rüber. Auf den Feind. Dezimieren. Und wieder raus. So, gehen wir dann jetzt mal auf Schädlingsbekämpfung. Wunderbar. Komm, gehen wir nochmal rein. Jeden einzelnen Mann, den wir jetzt mehr bekommen von ihm. Oh, der Griff. Raus, 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 raus. Der Griff ist gefallen. Okay, bedeutet, okay, vielleicht kämpfen wir mal hier in diesem Gebiet. Alle zusammen auf den. Schaffen wir seinen Großen. Ist alles gut. Okay, stark dezimiert, den Feind. Ich glaube, er hat größtenteils eigentlich mehr verloren als ich. Okay, wir verteidigen das Gebiet hier trotzdem weiter. Okay. Hat er ausgebildete Krieger? Drauf, töten. Und den hier auch töten. Okay. Zwei für eins. Ah, bitte nicht. Nein. Hier ist er gefallen. Ich überlege jetzt wirklich auf die maximale Kriegsbeute zu gehen. Und da quasi alle Leute umzufunktionieren. Zu Kriegern. Aber dafür brauchen wir eine Menge Gold. Und das haben wir halt wirklich nicht. Erstmal hier die Kobolde abschlachten. Militärische Erfahrung noch bekommen. Ja, kommen negative Beziehungen mit denen. Das war ja eh klar. So gut kommen wir ja nicht aus mit den Kobolden. So, weiterer Krieger. Hoffentlich sieht er jetzt nicht unbedingt unsere Truppenbewegungen. Das heißt, wir verstecken uns mal hier im Gebüsch. Ich weiß nicht, ob er uns dann sehen kann so gescheit. Vielleicht, wenn er drüber fliegt, nicht. Okay. Gehen wir jetzt mal auf... Auf Medizin, oder? Komm. Dann heilen wir uns schneller. Und sobald wir dann können, einen weiteren Krieger machen. Ich finde es ja ganz geil, dass wir die Leibwache auch haben. Ist eine coole Sache. Deswegen gehe ich auch gerne auf die. Ist einfach ein weiterer Mann mehr. Ohne, dass man Dorfbewohner dafür, ich sag mal, verschwenden muss. Zack. Du bist zum Krieger. Rüber. Verstecken wir uns hier mal, würde ich mal sagen, so halbwegs zumindest. So, wir ziehen weiter. Gehen jetzt mal auf die Wölfe. Dort oben haben wir neue... Uh, sehr schön. Komm schon, ein Gold. Mach jetzt. Zack. Und da kriegen wir 120 Gold raus. Das heißt, wir können dann schnell neue Truppen nachschicken. Let's go. Okay, auf den Turm. Jetzt haben wir ihm den Krieg erklärt. Ein weiteres Mal, der Turm muss fallen. Der Turm muss wirklich fallen. Scheiß drauf. Drauf. Nicht sterben. Er schreibt GG. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Ich meine, so heftig habe ich ihn jetzt ja nicht überrannt. In erster Linie. Okay, aufwerten. Einen Holzfäller nehmen. Und zum weiteren Krieger machen. Bapp. Die ganze Kriegsmeute hier sammeln. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie durchkommen. Haben das Gebiet hier schön. Gehe ich mal hier rein. Schlachten wir die Dame hier ab. Ah, so viel kann sie leider nicht leisten. So, mit den beiden Falken dann gehe ich mal hier drauf. So. Einmarschieren. Die übrig gebliebenen Dorfbewohner abschlachten. Das sind schon noch ein paar. Aber der Feind hat halt nichts mehr zu bieten. Militärisch gesehen. Ich kann mal mit ein paar von meiner Kriegsmeute jetzt nochmal im Winter hier die anderen Dorfbewohner abschlachten. Den beiden hier gehen wir hier rein. Schlachten wir hier noch ein paar ab. Einfach wirklich, dass er gar nichts mehr machen kann. Ja, so eine große Übermacht waren wir eigentlich gar nicht, aber. Hat anscheinend gut geklappt. Natürlich mal komplett dezimieren. Und damit war es das auch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Haut ein Abo rein. Liked dieses Video. Und vielen Dank. Ciao.